Hallo, ich bin die Doro, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zur Elektronikerin in Energie- und Gebäudetechnik. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Wie ist das als Frau in einem typischen Männerberuf? Ich war da anfangs sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht wusste, wie da die Leute so drauf sind. Ich fühle mich so, als würde ich eigentlich von allen hier akzeptiert werden und ich finde es auch schön, dass ich von der Firma so unterstützt werde als Frau im Handwerk. Ist deine Arbeit sehr abwechslungsreich? Jeden Tag erlebt man einfach was Neues und das finde ich ist das Schöne daran, dass man nicht immer das Gleiche macht. Wissen deine Mitmenschen eigentlich zu schätzen, wie wichtig dein Beruf ist? Ja, es wird schon wertgeschätzt. Es gibt Kunden, die freuen sich dann natürlich, wenn irgendwie endlich wieder was funktioniert oder wenn jetzt in einem Büro irgendwie der Strom nicht geht, ist es schon sehr wichtig, dass der halt wieder repariert wird, weil sonst halt die ganzen Leute nicht weiterarbeiten können oder wenn halt irgendwo was umgebaut werden muss oder ein Kunde etwas Bestimmtes haben möchte, freut er sich natürlich auch, wenn man das dann so erfüllt und das auch funktioniert. Und das wird, glaube ich, schon wertgeschätzt, dass man das macht. Weißt du schon, wie es nach deiner Ausbildung weitergehen soll? Ja, schon ein bisschen, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also ich möchte auf jeden Fall erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich bin am überlegen, ob ich eben in die Richtung Energie- und Umwelttechnik gehen möchte oder ob ich vielleicht einen Meister mache. Aber das ist alles noch nicht so ganz sicher. Aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann noch eine Weiterbildung machen. Das ist so meine Idee. Hilfst du auch gerne deinen Freunden und deiner Familie bei kleinen elektrischen Problemen zu Hause weiter? Oder benötigst du in deiner Freizeit spannungsfreie Zeit? Nee, also eher so im Gegenteil. Ich mag das, wenn ich dann halt noch irgendwie selber nach der Arbeit so kleine Tüftelaufgaben habe. Also so als Information am Rande. Ich wohne in einer WG mit anderen Leuten zusammen. Und wir haben auch eine Sonnenblende, die nicht funktioniert hat. Und da haben wir seit kürzlich den Kondensator halt rausgelötet und dann hat es wieder funktioniert. Und es war halt auch super. Oder dass ich irgendwo eine Steckdose, die nicht funktioniert hatte, haben wir dann auch repariert. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man da dann noch so ein bisschen zu Hause auch noch rumbauen kann, weil man einfach weiß, wie es funktioniert. Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß? Also ich freue mich schon darüber, wenn ich Dinge reparieren kann und wenn die am Ende auch alle funktionieren oder wenn ein Projekt einfach einen Schritt weiter ist. Das macht halt einfach sehr viel Spaß und es ist auch irgendwie ein erfüllendes Gefühl, wenn man halt weiß, dass man viel erledigt hat und auch viel gemacht hat. Was würdest du sagen, Doro? Welchen Mehrwert bietet deine Arbeit für deine Mitmenschen? Also ich finde der Mehrwert ist einfach, dass viele Dinge funktionieren am Ende des Tages und dass einfach alles irgendwie möglich ist, weil ohne Strom funktioniert einfach in dieser Welt nichts mehr. Sonst würde man zu Hause, der Fernseher, das Handy würde alles nicht mehr funktionieren. Generell die Datenübertragung, das würde auch nicht gehen. Die ganzen Büros würden stillstehen. Und darum finde ich das einfach auch super, was wir machen. 5, Vers 5? Vielen Dank.